Es ist eine ganz neue und vor allem mitarbeiterfreundliche und kundenfreundliche Bauweise, die hier mit diesem Projekt umgesetzt wurde. Zur Stärkung des Bezirkes Salzburg-Umgebung hat man sich dazu entschlossen, die Bezirkshauptmannschaft in das Zentrum des Bezirkes zu verlegen. Die Bauzeit dauerte ungefähr zwei Jahre. Es ist eine Holz-Hybrid-Bauweise. Wir haben im Erdgeschoss den gesamten Kundenbereich etabliert. Wir haben in den Obergeschossen für die Mitarbeiter ganz neue Bürowelten geschaffen, mit offener Bauweise, mit Doppelbüros, mit Gemeinschaftsräumlichkeiten.